Ich bin selbstständiger Kfz-Meister in einer kleinen freien Werkstatt. Wir arbeiten quer durch die Bank, von Unfallinstandsitzung über Motorinstandsitzung, Wartung, Service, Reifen, Fahrwerk und so weiter. Wir sind insgesamt zu dritt mit fünf Arbeitsplätzen, sind eigentlich sehr zufrieden. Die Motivation, heute herzukommen, war sicherlich, sich neue Dinge anzugucken. Die Einladung von Qualität ist Mehrwert ist natürlich nochmal ein Anreiz gewesen. Erstmal, weil dieses Konzept mir total zusagt. Wir kämpfen täglich damit, sicherlich den Bedarf auch mal etwas an der Hand zu bekommen, das uns sagt, jawohl, hier ein Beispiel oder irgendwie Material. Und da ist das sicherlich mal eine schöne Sache. Und natürlich jetzt heute Innovationen sich anzuschauen und mal dem Alltag entfliehen. Notfahrzeuge, eine relativ geringe. Es gibt bis kleine Notfahrzeuge, Sprinter, Crafter-Klasse, da ist Ende bei uns. Natürlich eher Transit, VW-Bus, Vito, solche Dinge. Natürlich gelegentlich auch mal ein Camper oder ähnliches. Anhänger, natürlich Pkw-Anhänger, keine Schlepper. Aber sicherlich gibt es immer Schnittpunkte. Internet kann nicht einbauen, dann soll Internet auch nicht verkaufen. Wenn Internet für seine Qualität birgt und dafür gerade steht, anstatt dass wir dafür gerade stehen müssen, gut, dann muss man vielleicht mit der weiteren Pille vielleicht ein bisschen leben. Aber liebe Leute, macht es nicht. Ihr macht euch selber unglücklich. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen.